Ja, hier, Fotoatelier Kuckuck. Was? Ich höre nichts. Du hast ja den Hörer verkehrt, um Papst. Ach, ich bin ganz verstreut, ja. Hier, Kuckuck, können Sie bei Herrn Kapellmeister Wirsing sprechen? Es ist dringend, Fräulein. Ach, zum Kuckuck, ich bin die Schwiegermutter, Herr Kuckuck. Ach, die Frau Schwiegermutter. Guten Tag, wie geht's denn? Was mache ich mit der Schwiegermutter? Sie soll Ihren Schwiegersohn rufen. Ja, hallo, Sie sollen Ihren Schwiegersohn rufen. Höflich, Papst. Sie sollen ihn höflich rufen. Was fällt Ihnen ein? Wie sprechen Sie eigentlich mit mir?